Durch die Skelettfarben sollten wir ja eigentlich genug Knochen mehr jetzt immer kriegen. Ich hab irgendwie mein Pferd noch in Gedanken gehabt und ich dachte, du hast ich versprochen. Mit dem Harvestler jetzt erstmal ein bisschen Stroh und dann gucken wir mal. Also hier gibt's noch ein paar Spinnenspawner, Bledspawner, Glayspawner, Gras, Fiber, Cable. Ja, sonst kannst du auch die Gun abholen und die Spawner gerade hinschicken. Ja, du hast meine Gun geklaut, jetzt musst du halt damit auskommen. Ich komme damit aus. So, Energie und Blast, da waren für neun dann vier Diamanten. Nee, dann machen wir's noch nicht aus Glasfaserkabeln, später irgendwann mal. Dafür hast du außerdem meinen Hammer. Du hast schon kaputt. Ja, noch schlimmer. Einfach Werkzeug ausleihen und kaputt machen, weißt du? Das ist richtig kacke. Ja. Also, so geht das ja nicht, ne? So. So, cool. Schere ist jetzt natürlich auch noch hinüber. Jetzt haben wir natürlich nicht genug Eisen für ne neue Schere. Boah, ich liebe es, ne? Ja. Ich hab ne Schere. Ähm, ich hab ne Schere. Wo bist du? Ne, ich brauch aber nicht so ne Dingensschere. Oh, okay. So ne Wollschere. So ne Wollschere, sondern so ne Industrial Craft. Cutter heißt der, glaub ich. Ja, ich hab nur eine gefunden, ne normale und dann dachte ich, die hab ich eh noch nicht genutzt. Achja, Holzfarm. Ich liebe das alte Minecraft. Warum farmst du Holz? Weil ich brauche Spruce Wood oder so. Fichtenholz. Wir haben ne riesen Baumfarm. Ja, das ist doch Gummiholz. Ja, aber wir haben auch Spruce Wood. Wir können ja einfach andere Sepplinge da rein tun. Dauert bis die wacke. Ah, okay. Ist okay. Ich hab's eingesehen. Das ist viel zu wies. Naja, jetzt hab ich schon ne Steinachs gebaut. Jetzt muss ich die irgendwie aufbrauchen. Dann haben wir nirgendswo mehr. Cutter oder Eisen oder irgendwas. Ich kann jetzt hier nicht sein. Ne, hab ich jetzt nicht da hier. Irgendwo muss das hier sein. Irgendwär noch Ironplates gewesen. Na toll. Dann farm ich mir jetzt halt gerade ein Eisen von irgendwo. Ah, so much Aufwand. Vielleicht mal nach dem Strom wieder gucken. So, Eisen verarbeiten. Was sagt der Strom denn? Der Strom sagt, es sieht nicht gut aus. Die Generator haben jetzt alle genug Lava auf jeden Fall. Ich check's nicht. Vielleicht verbrauchen die Maschinen zu viel. Keine Ahnung. Aber irgendwie, was mich auch wundert, wenn ich mal einen, so'n, so'n Generator da angucke, der hat irgendwie auch durchgehend 7998. Irgendwie, es wird nicht mehr, wird nicht weniger, krieg ich keinen Buffer. Ein Kabel neu setzen. Eigentlich, wenn jeder von denen 20 EU pro Tick macht, dann müssten die 120 eigentlich schon insgesamt reichen, würde ich behaupten. Jetzt fangen die auch an zu storen. Ah, okay. So, wenn ich das jetzt hier so anschließe. Machen sie ihren Buffer natürlich irgendwie leer. Ja. Ne, ich glaub, wir brauchen einfach tatsächlich so viel. Oh, ist das mies. Was hab ich denn hier noch? Ach. Ach, hier hab ich das Eisen. Dunkel. Ach, Glas. Zellen. Eine Zelle. Äh, wie kriegt man eine Waterzelle denn nochmal leer? Ahne. Ja, ich glaub das ging gar nicht. Das war der Grund, weswegen, ähm, Eimer, in dem Sinne etwas mehr kosten, wenn man das macht, aber man konnte die wieder entleeren und Zellen waren eben... Einen Fluid Transposer, aber gut, den hab ich jetzt halt nicht gerade so immer eben. Was ist das hier für ein riesen Turm? Neben dem Tower. Aus, äh, Nether Bricks. Ja, wenn, wenn du da runter fliegst, kommst du zum untersten Punkt. Wow. Das ist, da ist es halt wie ein Nether aufgebaut. So, dann nehme ich das Eisen, verarbeite das hier. Oh ja, erstmal schön Schallplatte anmachen. Wie sich das gehört. Okay, Geothermal Generator. Da sind noch Iron-Item-Casings. Das gefällt dir. Das auch. Okay. Und dann... Dann tatsächlich Empty Cells einfach nur. So, Tin Plate 3. Ist eigentlich perfekt. Ach, der muss auf Extruding stellen. Ah! Ja. Okay, ist richtig so, ne? Oder? Ja, perfekt. Kühlchen noch. Das war's. Lass sich an wie ein Orgasmus, ne? So. Äh, Hellenrunde hinlegen. Dann arbeiten die Solarpanels im Hellen wieder. Das fände ich auch ganz gut. Es ist zu dunkel zum Bauen. Ich... Ich... Ich liege schon, ne? Ja, ich auch. Nom 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 nom. Ja, sehr schön. Und dann gibt's jetzt gleich noch 40 Euro mehr Protekt. Äh, Golden Fluid Pipe. Genau. Was, bitteschön? Ich hab mir Zwischen gehört. Du hast... Da... Oh, lol. Lol, danke für... Oh. Danke für die Info. Was? Wieso? Der... Der hätte uns die komplette Stromversorgung platt gemacht. Inklusive MFSU oder was wir da haben. Oh, lol. Lol. Alter. Was... Was der Typ, ey. Alter. Schock, Moment. Hoch 10. Oh, Mann. Bei dir muss ich immer aufpassen. Ich hab immer die Befürchtung, dass du mich trollst, ne? Und... Ja, ja. Du hast auch noch so einen Creeperkopf auf, ey. Zu allem Überfluss. Fremdlich gefunden. Sieht aber scheiße aus. Ja. Ja, sieht echt ein bisschen komisch aus. Vor allen Dingen, weil halt ein richtiger Helm auch noch richtig Rüstung gibt, so. Ja. Alter, war das krass. Okay. Was hatte ich vor? Ich bin jetzt völlig auf dem Konzept. Genau. Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ja. Alter. Perfekt. Hm. Wie ging denn der Cutter nochmal? Ach so. Okay. Ich hol mir jetzt mal Spruce Rote. Oder Baumfarme da. Mal schauen, wie das funktioniert. Also wir haben jetzt noch mehr Enderpflanzen. Oh nice. Und geben die denn jetzt wirklich Enderperlen, die Enderpflanzen dann? Genau. Enderperlen nehmen die. Die brauchen extrem lange, bis sie fertig sind, aber die geben das Enderperlen. Ja, ist doch nice. Cool. Hm. Wie krieg ich denn Strom da denn jetzt am besten rüber? Ach. Warte mal. Wie ist denn das hier? Noch überm Wasser? Na egal. Ach. Verflucht. Warte die da immer noch um Farmen oder was machst du gerade? Ich baue jetzt, also ich hab jetzt paar Saplings geholt, dass die jetzt mit Knochenmehl auswachsen und will, dass euer Harvestet das abbaut. Das will aber nicht. Ich hab vergessen, dass sie bestimmte Abstände brauchen. Ja, du kannst bei dem Planter, kannst du das auch so einstellen, in welchen Bereichen der pflanzen soll. Das ist auch eigentlich ganz cool. Achso, ich hab's jetzt nicht direkt eingefügt. Hat auch nicht allzu viel eigentlich so. Okay. Möchtet der das nicht so, wie ich das haben will? Wo kommt das Holz an? Weil das abgebaut wird? Das kommt dann in die Enderchest und wir haben halt, wir nehmen eine so eine Enderchest als komplettes Verwaltungssystem, wo dann eben die Teile, die es dann haben wollen, das wieder rausholen. Ja. Über Emerald Pipes und sowas. Also irgendwo innen drin bei den Barrels. Das sind die Copper Cables. Cool, dann habe ich ja ein Holz denn hin. Hey, wer hat mein Holz geklaut? Das sind nur aus dem System. Echt, der holt sich das Holz auch raus. Ja. Das ist... Oh, ich höre hier Blaze. Okay, der kriegt irgendwie keinen Strom. Irgendwo fehlt ein Kabel. Helen. Wieso habe ich einen Emerald Pipe in der Hand? Ich habe nichts abgebaut. Du hast gleich einfach so geschenkt. Geburtstag oder so. So, jetzt sind die ja alle abgebaut und der schmeißt mir die Beeren hier hinten hin. Ne, lol, 27 Beeren. Er ist doch ein 3x3. Achso, 9. Achso, ja, perfekt. Kommt da noch ein Upgrade rein. Schafft er deutlich mehr noch. Hier fehlt dann auch eigentlich noch eine Enderchest. Okay. Was fehlt für die Enderchest? Gar nichts. Perfekt. Hm. War ganz nett. Könnte aufgeladen werden. Warum kommt hier kein Autarchip Gate? Wer fehlt denn dafür jetzt? Okay, wir brauchen... Gates haben wir. Pulsating Chipset, Redstone Iron Chipset. Pulsating Chipset, Redstone Iron Chipset. Das hier kommt. Ach, das können wir auch recyceln. Jo, Recycler hatte ich auch noch gemacht in der Zwischenzeit. Hatte ich glaube ich gar nicht gezeigt. So, Obsidian fehlt dann unter anderem. Mh. Ellen, mittlerweile Mimich Heat gefunden irgendwo? Ich geh gleich zum Nether rein, sobald ich... ...Redpack voll hab. Okay. Jut, dann hab ich jetzt so lange Leerlauf hier, dann farm ich ein bisschen Erde hier weg oder sowas. Im Terraforming... Nannosäbe ist schon fast komplett aufgebraucht. Ich glaub so muss ich auch noch nachladen. Wut, what the fuck. Das hier ist noch nicht zu bauen. So geht das ja nicht. Ja, die Tierfarmen wollte ich auch eigentlich noch irgendwie mal ein bisschen anders so organisieren, aber... Arbeit! Das ist die freiere Fläche. Die Fläche ist doch ein bisschen freier, da musst du noch viel Zaun bauen und dann kannst du es... Ja, und dann muss man die Tiere da rumtragen und... Nnngngngngngngng. Ist der Portalgang? Ich würde lieber die Bärenfarmer und dich zum Laufen bringen. Weil dann hab ich ne vernünftige Ausrede, warum ich die Weizenfarmen kaputt gemacht hab. Wie Portalgang. Du hast die Weizenfarme kaputt gemacht? Was?! Kannst du nur. Wo bist du, Helen? Achso, jetzt bist du im Nether. Auch nicht. Dann hab ich nicht mehr, Wieso. Helelel. Hmmmm. Obsidian, Obsidian. Get up! So, die ist dann auch eigentlich fertig hier. Oh, dann kriegen wir gar keine Cocktailen mehr nach, daran muss ich noch arbeiten dann. So, jetzt bin ich ein Mörder. Also auch ein bisschen was. Und nach dem Castle, und nach dem Wizzerskeleton. So, das da weg. Wenn du mich hier brauchst, geh doch einmal kurz in den Nether rein. Ne, du fangst das doch immer, du machst das doch toll. Du kannst das doch gut. Ich würd das ja gar nicht so hinkriegen. Okay, wenn der Böse... Der Zombie pickt, wenn jetzt Böse wäre, dann würde ich... In dem Fall kriegen wir jetzt wieder richtig schön Strom, das ist eigentlich ganz gut so. Naja, wir kriegen, also allein hier durch die Lava kriegen wir, wieviel ist denn das? 160 pro Tick. Das ist ein bisschen wenig, ne? Das ist dafür, dass wir noch gar nicht so weit sind, eigentlich voll okay. Ich baue eine zweite Pumpe. Ich doppel die nicht. Wann jetzt in dem Castle war da eigentlich noch ein Spawner? Ja, ne? Hatte dir glaub ich gesagt. Ja, da gibt's ne Menge Spawner. Oh, dann hole ich da mal noch den Nächsten gerade. Wenn du den Turm gehst, den ich gebaut hab, da hab ich ein Loch gemacht, reingehst, dann bist du nämlich ganz unten, da gibt's ne Menge Spawner. Oh, nice. Hast du den Turm auch schon ganz durch? Oder fehlt da noch was? Ja, also ich hab die letzte Ebene und die vorletzte Ebene ein bisschen durch. Also müsste noch irgendwo was frei sein. Wo? Achso, ja. Okay. Ist der ganz unten? Boah, sieht ja richtig nice aus hier. Ja, der ist sowieso immer so näßig. Dark Iron Ore. Vor allem richtig viel Quarz, ey. Na ja. Guck mal hier. Boah, auch irgendwelches komisches Zeug. Da hinten. Oh, ein Blaze Spawner. Ja. Ja, nicht nur einen. Da gibt's mehrere. Lol, 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 viel zu viele. What the? Ah. Wollt grad hinrennen, den einen da meucheln, aber. Ja. Ja. Ganz so leicht wird's nicht. Ne. Also da musst du schnell reinlaufen, da ist glaub ich auch ein Creeperspawner irgendwie dabei. What? Ja. Creeperspawner. Stamm. Ah. 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 Was los? Gib mir einen Spawner. Ich glaub das war... Lol, war das Skelette mit Goldrüstung Spawner oder sowas? Sah ganz komisch aus. Also die Skelette da haben ja schon irgendwie Rüstung gehabt. Ja, aber dass das Skelett im Spawner drin schon eine Rüstung anhat, ist irgendwie komisch. Dann... Ja, die haben auch Schwerter gehört. Ich glaub ne. Ach, Rüstung Spawner, die haben auch Schwerter gehört. Ah, so diese neue Rüstung zu sparen. Vielen Dank.